Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 wird für Vorarlberg gesagt, dass etwa 2.000 Wohnungen in Vorarlberg leer stehen. Das ist für uns Anlass genug, ein Projekt zu starten. Sicher vermieten heißt die Aktion und sie bedeutet, dass wir diesen Leerstand auf den Markt bringen wollen. Mit klaren Hilfestellungen, Rechtsberatung, Ausfallsbürgschaften und auch einem Kümmerer im Landhaus. Das Ganze geht jetzt los und eine Kampagne dazu wird Landesweg gestartet.